Als Fake, auf Deutsch Fälschung, bezeichnet man ein Imitat, einen Schwindel oder eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Im weiteren Sinne ist Fake ein Begriff für den damit verbundenen Betrug. Bin ich Fake? Sind meine Gefühle real oder will ich mir nicht eingestehen, dass ich nicht gern alleine bin? Bin ich nur freundlich, weil es sich gehört, weil ich will, dass mich alle mögen? Bin ich ehrlich und viel wichtiger? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Der eine ist mit Absicht Fake, der andere ungewollt. Ein falsches Lächeln, Eigenschaften, die man vortäuscht. Ein Ziel, das man nie hatte. Ein Studium, das man hasst. Wofür? Um dieses ganz bestimmte Mädchen beeindrucken zu können? Um deine Eltern nicht zu enttäuschen? Um in diesen Freundeskreis zu passen? Weiß ich überhaupt selber noch, wer ich bin? Weiß ich überhaupt selber noch, wer ich bin?